es ist angerichtet freuen wir uns auf 90 minuten tollen fußball aus der bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser partie von wolfhus und frank buschmann und ich kann mich nur anschließen tolle atmosphäre hier wie eigentlich immer in der deutschen elite liga hoffen wir dass die partie da mithalten kann heute heißt es also hoffenheim gegen rb leipzig schauen wir mal auf die aufstellung von hoffenheim sie haben heute die etwas defensivere variante gewählt 532 aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen bei ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben die agieren dann nicht starr in der fünferkette das wäre nicht modern und das ist unsere chance kurzen blick auf die aufstellung zu werfen kurzer blick auf die formation buschi oder sehen wir in 442 gibt es auch noch 24 raketten und vorne zwei stürmer seit 2005 spielt der fc bayern jetzt in der allianz arena und durfte hier natürlich schon einige erfolge feiern und wolf ich glaube das ist hier auch der passende rahmen das ist ein weltklasse stadion hoffenheim ist natürlich auch so ein reizthema für alle die im fußball vor allem die traditionen betonen buschi ja aber wollte ich finde da wird seit jahren gut gearbeitet denken wir mal an die nationalspieler die der verein hervorgebracht hat haimo wasserschneider wird das heutige spiel pfeifen hoffenheim hat anstoß kampe klosermaßen ob wird es jetzt gefährlich da gewinnt er den zweikampf jul amiri die kommen jetzt über außen nadim amiri da ist der torwart da gut gemacht das könnte jetzt gefährlich werden da kommt die ecke gut so wird das nix mit dem tor der teute ist da wie der ecke da können sie erst mal klären super einsatz da kann er ihn stoppen jusuf pausen kloserma kampe ein harter zweikampf aber alles fair jul kevin vogt amiri nun kann er abig auf dem flügel kommt der ballbesitz gut mal gut gut den körper eingesetzt sauber vom ball getrennt hier kampe den ball holt er sich amiri mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor klasse klasse täglich vorsberg jusuf pausen wird das eine torschance da verlieren sie den ball jusuf pausen nico schulz amiri sie holen sich den ball da versuchen sie es mit dem doppelpass leipzig über außen emil vorsberg schul schul verreinsatz hier Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Schöne Aktion. Das könnte gefährlich werden. Er versucht es. Super Einsatz vom Torhüter. Der Einwurf für Hoffenheim. Nico Schulz. Jetzt kann er den Ball nochmal einwerfen. Klostermann. Kampel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Kaderabek. Und jetzt die Chance. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt wird es gefährlich. So, was machen sie draus? Jetzt die Flanke. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Einwurf für Hoffenheim. Agpoguma. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Die Mitspieler bieten sich an. Gutes Take-Ning. Gut. Klasse Aktion. Ball ist weg. Kampel. Bruma. Wird es jetzt gefährlich. Fairer Einsatz hier. Amiri. Nun Kaderabek. Mal gut. So, jetzt ist erst mal Pause. Es steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Ordentliches Spiel von beiden Teams. Unentschieden geht in Ordnung, oder? Ja, und defensiv stehen beide ziemlich sicher. Wer hier den ersten Fehler macht, der könnte als Verlierer vom Platz gehen. Nadima Amiri. Da ist der Torwart A. Gut gemacht. Da kommt die Ecke. Und. Das könnte gefährlich werden. Er verduft's. Super Einsatz vom Torhüter. Und jetzt die Chance. Die Leipziger haben Anstoß in dieser zweiten Hälfte und damit gehen wir rein in diese Partie. Amiri. Bruma. Jetzt müssen sie aufpassen. Amiri. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Nico Schulz. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Kramaritsch. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Hübner. Wird das seine Torchance? Nico Schulz. Eugen Polanski. Nadiem Amiri. Eugen Polanski. Magut. Nadiem Amiri. Magut. Jetzt der Schuss. Abstoß. Die Leipziger wechseln. Kampel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abwehr hat aufgepasst. Kramaritsch. Ja, setzt gut den Körper ein. Klasse Zuspiel. Nadiem Amiri. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder. Ja, sie machen das gut, haben sich einige Chancen herausspielen können und hier hat es jetzt mit dem Treffer geklappt. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kampel. Marcel Sabitzer. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gute Aktion. Agpoguma. Gutes Pressing jetzt. Amiri. Nico Schulz. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Amiri. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Eugen Polanski. Mal gut. Jetzt der Schuss. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt können sie vielleicht kontern. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Werner. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt hat er die Anspielstationen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Vielleicht geht da noch was. Jetzt Sabitzer. Jusuf Paulsen. Da steht die Abwehr sicher. Kramaric. Amiri. Pavel Kalaschabek. Flanke jetzt. Mal gut. Nadiem. Und jetzt die Chance. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt Sabitzer. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Super Pass. Da müssen sie aufpassen. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Und seit seiner Verwarnung muss er hier aufpassen. Und deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Da ist der Ball weg. Nur Nils Sanker. Und direkt zurückgespielt. Klostermann. Ein Wurf für RB Leipzig. Das könnte der Gelegenheit werden. Ja, das sah gefährlicher aus. Aber der Ball ist erst mal weg. Und der Ball wird weitergeleitet. Da holt er den Ball zurück. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Wolanski. Nadim Amiri. Schönes Zuspiel. Jetzt vielleicht. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Reguläre Spielzeit ist vorbei, drei Minuten Nachspielzeit packt der Unparteiische noch obendrauf. Klostermann. Sie schalten nochmal auf Angriff, sie wollen den Ausgleich unbedingt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Wartet das mal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. So, das ist der Schlusswilf, das Spiel ist aus. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klar, dass er heute happy ist, er hat den entscheidenden Treffer gemacht. Nadima Miri. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da kommt die Ecke. Und jetzt die Chance. Nadima Miri. Elgin Polanski. Mal gut. Jetzt der Schuss. Ich for den Schuss. Ist ja, ist der Schuss. Ichulo in Schuss. Weinen nicht immer. Ich hole dich nicht. Du so in der Schuss.